Leute, ich bin's. Heute ist ein Paket angekommen von Amazon und ich freue mich wie bescheuert jetzt gerade. Also ich versuche so gut es geht meine Freude zu unterdrücken und heute gekommen ist Honeyswamp. Yay! Ach, sie ist einfach hübsch, Leute. Ihre Augen, Klamotten. Ja, ich habe die Freize-Kamera-Action Honeyswamp. Tochter des Swamp-Monster. Ach, hübsch, einfach hübsch. Ja, und ich werde sie auch aus der Box nehmen, weil ich werde noch eine bestellen, aber der steht aber im Box drin. Und später werde ich einen Preview machen über Klamotten und so ein Zeug. Ansonsten, yay, sie ist da und ja, so sieht hier von hinten aus. Ansonsten liken, abonnieren, kommentieren. Bis bald, tschüss.